Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und leise war das. Sehr, sehr leise. Da ist was. Geh halt weg, Ellie. Mann. Allerwohl. Pudelwohl. Vielen Dank. Hm. Hab ich doch. Ne, da geh ich noch rein. Geheim als Lager. Nein. Was ist so geheim, wenn nichts... Ja, da ist was. Zehn Vitaminpillen. Äußerst wichtig. Ah, damit kann man... Damit kann man... Ah, 100 Euro. 25. Voll, voll. Also, Touchpad. Und wieder was herstellen. Das war's. Gut. Also, etwas mehr Munition wäre nicht schlecht gewesen. Ah, ich glaube, ich kann jetzt Molotow herstellen. Schauen wir noch mal. Äh, nein. Die Flasche war einfach nur Flasche. Ja, genau, weg damit. Gut, das war das geheime Lager. Nichts vergessen, nein. Dann wieder zu Ellie und... Nelly. Macht ihr, dass wir hier wegkommen? Richtig. Aber wohin? Da wohl, komm. Oh, Mann. Da hoch? Da oben. Scheiße. Mal sehen, ob's da weitergeht. Ja, super. Lass dich halt nicht helfen. Komm, Großen, na los. Wut. Okay. Okay. Can we count? Scherces? Los los los. Oh, shit. Fuck. Oh, ja. Treffelchen, Treffel nicht Okay, weg hier Gut, dass der Puff doof ist Jawoll, du musst aber weg Ich glaube, das war's Eddie, alles klar? Bis auf die volle Hose Alles klar Dann los Und wo ihr, Mädels? Ja, doch, da Ja, super Moment Immer schön leise Okay, komm Die Treppe ist dicht Gehen wir wieder hoch? Und rechts im Kopfhörder klickert es immer noch Ganz, ganz leise Nicht nach oben schauen Also soundmäßig Und optisch genial Wo sind sie hin? Ach doch Komm schon, Eddie Ja Nicht viel verschocken Du musst nicht viel verschocken Alles okay Wir müssen da drin Ja Ich würde jetzt auch In die Hose messen Wirklich Und was sind wir jetzt? Psst Ich denke die Hose das ist nur sechs kugeln und da waren es nur noch zwei Messer super da oben liegt was ein Snickers eins, zwei super super ja finde ich auch verschwinden wir von hier mir geht zwar der Arsch auf Grundeis aber ne ich behalte das Rohr da bin ich schon voll Gesundheit ist auch okay glaube ich war da noch was da ist Gesundheit Gesundheit super hätte ich mich auch fressen lassen können ich bin zur Hälfte und wäre nichts passiert gut ich denke ich habe mindestens zwei Millionen wichtige Sachen übersehen aber wir müssen weiter da noch was auch voll ich bin schon lange über die Zeit das wird ein sehr sehr langes Video vielleicht mache ich auch einen kleinen Cut schauen wir mal Leute ich glaube hier gehts weiter ich glaube hier gehts weiter hopp sagt man vielleicht erstmal nein nein gut wenn ich los lasse genau aber schnell Mädels das kostet Kraft das kostet Kraft das war gut Jump Junge Jump Hallo all wieder ich glaube jetzt kann ich Molotovs machen ja da ist noch was Messer Messer ich vergesse immer auf dem X-Knopf drauf zu bleiben da haben wir gleich rein wer weiß wie viele Clickies kommen nur blöd dass ich nur drei Medikits behalten kann wow dann mal los gehen wir es an nur wo herunter nein da runter auch nicht herunter hier können wir durch hier können wir durch vorsichtig wow es ist tief ja 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 ich denke wenn wir zurück sind lassen wir es erstmal ruhiger angehen Richtig du willst es ruhiger angehen hey du sagtest doch immer wir sollen uns bedeckt halten und du ignorierst mich dann tja nicht dieses mal ich glaube das erst wenn ich es sehe ja ja voll def wieder fahrt genommen ohne dass es sein musste klingt da was nein ah sauber ne tote leiche geht es hier hoch nein geht es hier weiter geht es hier weiter das ist schlechtes zeichen eigentlich sammeln 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 fünf bild sehr gut eine bild am ärmel ein monotau die sind vom fech verfolgt in der stadt wie draußen na hoffen wir dass noch jemand und lebt der zum 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 agen det ihm merkt euch, wo wir waren, denn das war's jetzt, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald, bye bye, ciao.